Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Alexander Prinz, man kennt mich auch unter dem Pseudonym der dunkle Parabelritter und ich halte bei Transforming Media als Fallstudie her. Ich bin, man könnte sagen, ein Mikro-Midi-Influencer und ich beschäftige mich mit einer ganz besonderen Sparte auf YouTube, nämlich mit der Metal-Musik. Ich mache Interviews, Festival-Reportagen, berichte zu allem, was die Szene irgendwie angeht, allerdings auch zu Sachen drumherum. Ich bin angehender Lehrer, dementsprechend muss ich ab und zu auch mal so den allgemeinpädagogischen Zeigefinger auspacken, sonst wäre mein Studium ja völlig umsonst gewesen. In meinem Redebeitrag soll es darum gehen, wie es heutzutage aussieht, so als Mikro- bzw. Midi-Influencer auf YouTube, wie man als Influencer in einem Spartenbereich so über die Runden kommt und welche Möglichkeiten sich einem bieten, aus dieser Reichweite, die man hat, aus dem Standing, das man in der entsprechenden Sparte oder Szene genießt, sich etwas aufzubauen und wie einflussreich man als eigentlich verhältnismäßig kleine, einflussnehmende Person im Social Media doch sein kann. Im Endeffekt stelle ich mal ein Beispiel dar, wie man mit nicht Mainstream-tauglichem Content auch heutzutage noch eine gewisse Zuschauergruppe erreichen kann. Ich freue mich und ich hoffe Sie auch. Bis dann.